Willkommen bei der Suche nach den schlechtesten Parkplätzen, die es gibt. Drogenhändler, Straftäter, Diebe, Menschenhandel, Menschenhändler, die euch dann beklauen wollen. Menschenhändler, die euch beklauen wollen und dann Müll hinterlassen. Jeder sucht nach dem perfekten Parkplatz, ich verstehe das. Man will morgens die verklebten Augen aufmachen, sich einen Kaffee ziehen und die bombastische Aussicht haben. Ein wunderschönes Bild für die drei Instagram-Volle... Also wenn das Auto auch nur ein Grad schräg steht, dann ist es die absolute Katastrophe. Das war's. Der Urlaub ist vorbei. Wie schlimm können Parkplätze denn wirklich sein? Das finden wir heute raus. Wir beginnen damit, die Parkplätze bei Park4Night zu suchen. Hier haben wir einen Betrunkenen, der nachts rumgeschrien hat. Zu langweilig. Okay, ich hab was. Unbebautes Grundstück. Blablabla. Ich würde hier nicht übernachten. Wir wurden mit Steinen beworfen. Perfekt. Los geht's. Los geht's. So. Da wären wir. Boah, was für ein vergammeltes Teil. Unmöglich. Wie kann man hier leben? Also Steine gibt es hier auf jeden Fall schon mal. Das ist das Schlimmste, was ich finden konnte. Ich würde hier nicht wirklich hinfahren, aber katastrophal ist das jetzt auch nicht. Das ist irgend so ein Dörfchen mitten in Spanien. Übrigens versuche ich die Tests auch nicht zu beeinflussen, aber hier in so Badeklamotten herumlaufen. Das lieben die Spanier. Das lieben die Ohne Ende. Hier gibt's ein bisschen Müll und sowas. Aber ansonsten würde ich nur sagen, ich sitze mich mal einfach rein und beobachte die Situation so eine Stunde. Oh, da haben wir einen Jungen. Oh, gefährlich, gefährlich. Ich hab's echt an seinen Augen gesehen. Er wollte mit Steinen werfen. Oh, fürchterlicher Parkplatz hier. Fürchterlich. Oh, da kommt der nächste Verbrecher. Oh, der ist da reingegangen. Was ist denn das? Ich lege mein Handy hier auf den Fahrersitz, damit sie mich schön beklauen können. Die Steinchen bereitlegen. So. Oh, nein, 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 nein. Okay, okay. Okay, danke. Hi. Oberkriminell die Gegend. Das ist aber nächster Gang. Ich lasse noch ein bisschen Geld hier liegen. Und dann entfernen wir uns mal komplett vom Auto. Das Schlimmste an dem Parkplatz ist, dass es einfach nur oberlangweilig ist, ehrlich gesagt. Halbe Stunde später. Nichts. Der einzige Weg, wie wir einen Stein dagegen bekommen, ist, indem wir den selber schmeißen. So, nächster Parkplatz. Ich hab jetzt extra am Strand gesucht. Es ist echt schwer, schlechte Parkplätze zu finden. Am Strand ist immer die Kriminalität höher. Gefühl absoluter Unsicherheit. Seltsame Bewegung bei den Männern. Ein Mann, der sich hinterm Busch versteckte und uns beobachtete. Hier, 19 Uhr kam die Polizei. Bußgeld von 350 Euro. Das hört sich doch gut an. Aber dahin. So, meine Lieben. Endlich mal was Interessantes. Hier gibt es einen FKK-Strand um die Ecke. Und diese zwei Jungs, die da hinten weggehen, die gucken in alle Fenster rein, ob da Wertsachen drin sind. Das wird interessant, du. Ich muss erst mal gucken, ob ich nicht irgendwelche Wertsachen hier hab. Ich hab keinen Bock, dass sie mir einbrechen. Und wenn doch? Ich hab mir gestern eine Knarre gekauft. Wenn irgendeiner dumm kommt, dann knall ich ihn einfach ab. Das hat die Oma gesehen. Oh Mann, war das witzig. Also die zwei Kerle, die die Autos abgecheckt haben, die sind zum FKK-Strand gegangen. Hier könnte es interessant werden. Alles solche komischen Leute hier, ey. Ne, meine Schoko jetzt, das wird nix. Ich sitze hier, der Parkplatz wird immer leerer. Wir fahren weiter. Und das hier ist der am schlechtesten bewertete Parkplatz auf ungefähr 100 Kilometer Umgebung. Heftig, ne? Nichts los. Ich hab jetzt einen gefunden, da soll abends richtig die Party steigen. Im negativen Sinne. Da fahren wir jetzt hin. Huch, geschafft. Das ist er. Direkt neben so einer Strandbar. Das ist der zweitschlecht bewertete Parkplatz. Hier vorne haben wir einen Langzeitcamper, der schon den ganzen Fahrzeug mit Plan abgedeckt hat. Da hinten ist auch ein Langzeitcamper. Das ist doch eine totale Müllhalde, oder nicht? Das wollte ich haben. Ich bin gespannt, wie es morgen früh hier aussieht. Ob ich überhaupt schlafen kann bei dem Lärm. Was ist denn? Ich bin gespannt, wie es heute so ist. Hallo. 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 Hallo, wie ist es? Hallo. Ojalá, ich bin eine Karte. Was ist denn? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Woher bist du? Deutschland? Oh, sorry. Eurocop. Alemann, Spanien, Spanien. Sorry. Spanien. Kucurella, Paliza, Cross. Ja. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Okay, danke. Ja. Willkommen in Spanien. Ja. Enjoy. Alter, tatsächlich K***. Ja, das ist echt ein schäbiger Parkplatz, du. Oh, nein, 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 nein. Ah, guck mal, dann werde ich mal regieren. Nein, 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 nein. Ich bin nicht. Nein, nein, danke. Nein, nein, danke. Nein, nein, danke. Alles klar. Alles klar. Tschüss. 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 Kommst du aus Deutschland? Tschüss. Ja, hi. Tobias. Ich bin gerade angekommen. Aber jetzt ist es vorbei, ne? Jetzt hat der Laden dicht gemacht. Und jetzt kommen keine mehr, ne? Also, wenn du Frieden haben möchtest, musst du in Schweden hinfahren. Also, Freitag, Samstag ist immer irgendwo was. Und Samstag, Sonntag? No, no, no. Stopp. Have a nice evening. Have a nice evening. Good night. Good night. Adios. Adios. Ich finde es immer lustig, dass die noch so feiern und bei uns kriegen sie alle rum. Andere Mentalität, ne? Nein, ich meine, es ist überhaupt so. Auch Corona und so. Die hat das alles gewusst. Die hat die ganzen Leute hier in Kohl ausgeschaltet. Bist du ausgewandert? Oder du fährst nicht mehr nach Deutschland zurück, ne? Ja, ich bin innerlich von Deutschland weit weg. Mir haben sie ein Stück Heimat geklaut. Mit dem. Es ist nicht mehr meine Heimat. Weil ich, ich meine, ähm, ich kann es nicht anders sagen. Wie heißt du? Hildegard. Tobias. Tobias. Und du bist auch so ein Weltreiser. Ja, ja, ich, ja, ich treib mich rum und zieh immer weiter und guck mir alles an. Verdient sie nichts? Doch, doch. Ich hab meine Erwerbsminderungsrente, aber ich fühl mich schissen von dem Ganzen. Ich kann nichts kaufen im Supermarkt. Immer dann jeden Scheiß selber kochen. Wenn ich zum Arzt ziehe, ich sage, ja, da kommen sie mit der Spritzen her, weißt. Und ich bin... Punkt hier, glaube ich. Moment. Sorry. Ich bin... Ich bin... Hallo, guten Abend. Hallo. Hallo. Ich spreche Spanisch. Ich spreche französisch. Ich spreche französisch. Ich spreche französisch. Ein bisschen französisch. Ich spreche französisch. Ja? 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 Ja, wenn du willst. Ja? Ja, was ist das denn für ein Bär? Das ist ein belgischer Hirtenhund oder sowas. Ach, die gehören dazu? Ja, ja. Okay. Was wird denn die Dame? Die gehört zu dem Auto, glaube ich. Ah, ja. Okay. Lagomera. Ja, mei, es ist halt wirklich... Wenn man es gesehen hat, dann weiß ich nicht, wie es ist. Okay. Ich muss da mal hin. Ja, ich war an den Höhlen. Ich habe meine Wohnung damals in den Hafen gehabt. Ist nicht ganz ohne alles. Also, mich hat viele Sachen gestört. Das kriegst du halt so nicht mit. Australien haben alle Gene mit verbrecherischen Komponenten sozusagen. Aber traurig, ne? Solche gestrandeten Seelen hier. Puh. Sie hat auch noch erzählt, dass der Platz früher viel größer war und dass hier 300 Camper standen. Also wohl schon so eine bekannte Anlaufstelle. Wir haben auf jeden Fall einen richtig beschissenen Parkplatz gefunden. Ich bin gespannt, ob ich hier pennen kann. Oh mein Gott. Frauen. Hast du hier soziale Kontakte? Nein. Nur die Leute, die hier auf den Parkplatz kommen, ne? Ich bin froh eigentlich, wenn ich mit denen alle schon langsam... Die sind einfach deutsch. Die kommen da runter und was auch nicht. Keine Ahnung. Am schlimmsten finde ich die, die wo 3000 Euro Rente haben, zu zweiter sind und dann auf solche Plätze gehen und sagen was zu tun und zu lassen ist. Und sagen, was sie für tolle Hechte sind, dann fressen sie noch die ganzen 10 Tabletten gegen einen Kreislauf, Herz, schieß mich da, du Scheiße. Und dann hauen sie sich noch Alkohol rein und sagen, sie sind gute Menschen und den anderen machen schlecht. Und das sind die Leute, selbst Polizisten sind da, Pensionierte. Der Wahnsinn hier. Also die Hildelgard, die dreht sich immer im Kreis, die erzählt immer dieselben Sachen. Ist eigentlich eine total intelligente Frau. Aber ja, schon traurig, ne? Hat hier ganz das Leben lang gearbeitet und jetzt existiert sie so vor sich her. Naja, ich suche jetzt nach irgendwelchen positiven Aspekten des Parkplatzes. Geschlafen habe ich interessanterweise gar nicht mal so schlecht. Um vier Uhr morgens bin ich dann eingeschlafen. Wenn es draußen gar nichts passiert, dann habe ich mich auch gut gefühlt. Und hier sind wir am Strand. Das ist schon ziemlich nice. Das ist ziemlich cool. Die Berge im Hintergrund, der Strand hier. Aber ansonsten ist der Parkplatz leider echt so eine Abstellkammer für verlorene Seelen. Boah, heftig. Aber die sind nett, muss man wirklich sagen. Es ist hier auch mega schön windig. Ich habe heute Morgen gar nicht gemerkt, wie die Sonne auf mein Auto draufgeballert hat, weil der Wind die Hitze einfach abgetragen hat. Die Leute auf dem Parkplatz kümmern sich umeinander. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich mittlerweile auch ziemlich sicher fühle dort. Ja, ich denke mehr wird hier auch nicht passieren. Alles, was hier passieren kann, haben wir bereits erlebt. Nein, komm. Dann würde ich vorschlagen, fahren wir weiter. Ich quatsche jetzt noch mal kurz mit Hildegard. Ich stecke ihr ein bisschen Geld zu. Sie sagte auch, dass mit dem Geld wird langsam knapp bei ihr. Aber dann fahren wir weiter. Geil. Geiler Parkplatz. Also geil im Sinne von schrecklich. Aber mal gucken, ob wir noch was Schrecklicheres finden. Es wirkt nicht so geil. Es wirkt nicht so geil. Es wirkt nicht so geil. Es wirkt nicht. Eine kaputte Box hier immer. Alles zu klumpen. Hast du einen Plan für die Zukunft? Nein. Gar nicht. Mein Spruch ist, sieben Tag mein Spruch, Life is made of small moments like this. Der Moment, wo ich jetzt so habe. Und das andere, ich denke immer an die Zukunft, weil wenn ich auch meine Zukunft... Du stehst ja jetzt wesentlich besser da, als zum Beispiel die totale Obdachlosigkeit oder sowas. Wenn ich nach Deutschland bin, dann bin ich obdachlos. Ich versuche mir immer das geringste Übel in Kauf zu nehmen. Das ist das einzige Argument, das ich habe. Es geht um die Zahlen. Die haben somit eher eine Zahl niedrig gehalten im Jobcenter. Und das andere war dann Risikoausgleich. Das hat dann der Bund übernommen. Obdachlose übernimmt der Steuerzahler, der Bund. Das fällt nicht mehr in die Kategorie rein. Jeder Obdachlose zahlt der Bund. Die Kommune bereinigt sich dessen. Hartz IV ist Kommune und Sozialleistung. Kommune ist Miete. Also wenn die Kommune die Miete nicht tragen will, dann schickt sie die Leute in die Bezirkskraftenhäuser. Dann sind sie obdachlos und dann zahlt das der Bund. Dann zahlt das der Bund, ja. Okay. Das ist die Logik dahinter. Ja. Es geht nur um Zahlen frisieren. So. Als nächsten Parkplatz habe ich mir den bes***ten Parkplatz rausgesucht, den ich in vier Jahren Vanlife hatte. Stellt euch vor, ihr fahrt rüber nach England. Kommt runter von der Fähre. Seid total übermüdet. Der ganze Straßenverkehr ist auf der falschen Seite. Es ist dunkel wie sonst was und ihr wollt einfach nur noch pennen gehen. So. Ganz England besteht quasi nur aus Privatgrundstücken. Es gibt keine öffentlichen Parkplätze. Also wo musste ich mich hinstellen? Direkt an die verdammte Straße. Das war das Elendlichste, was ich jemals erlebt habe. Da ich eine dicke Beschwerde bekommen habe, da ich mit meinem Kanal so eine Art Vorbild bin, habe ich aus Sicherheitsgründen eine Leitplanke dazwischen. Das ist okay so. Wir brauchen auch keine Namen nennen. Lukas, ich halte mich daran. Oh, es ist total traumhaft. Guckt euch das an. Oh, jedes Mal, wenn ein Auto vorbeifährt, wackelt meins ein bisschen. Die Reifengeräusche sind wie das Rauschen des Meeres. Ich bin wie der Käpt'n meines eigenen Bootes. Man kann seine Angel rausholen. Vielleicht fängt man ja irgendwas. Ein nettes Buch lesen. Was will man mehr? Es ist sogar noch viel besser als auf dem Boot. Weil man kann sich einfach hier raussetzen. Im Wasser geht das natürlich nicht. Und der absolute Bonus ist, manchmal halten Autos an und bieten ein Geld an. Voll geil. Ich bin jetzt eine halbe Stunde hier, ich habe schon Kopfschmerzen. Nein, ich habe natürlich gar keine Kopfschmerzen, weil der Parkplatz so geil ist. Wenn euch das gefallen hat, dann empfehle ich euch erstmal hier zu schlafen. Das ist super. Es ist auch ganz und gar nicht gefährlich. Nein. Wenn was passiert, dann kriegt man es eh nicht mit, weil man von zwei Tonnen weggewemst wird. Na jetzt mal ernsthaft. Stellt euch niemals an die Straße. Das ist mega gefährlich. Wie viele Leute von den Autos erfasst werden, nur weil die an der Straße entlang laufen. Schlafen könnt ihr gar nicht. So gestresst. Das ist doch das hässlichste Geräusch auf dem Planeten. Diese bekackten Reifen. Oh, da kommen noch mehr. Ich kann nicht mehr. Okay, ich gehe echt kaputt hier. Ich muss weg. Hallo. Mehr fürchterliche Parkplätze lassen sich hier nicht finden. Ich bin auch ziemlich im Eimer. Wir sind heute und gestern. Handy holen. Insgesamt 143,8 Kilometer gefahren. Da kann man mal sehen, ich fand den dritten Parkplatz eigentlich gar nicht so übel. Im Gegensatz zum vierten Parkplatz. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste jetzt die Nacht an so einer vielbefahrenen Straße stehen. Vielleicht ist es meine Achillesferse. Aber das bringt mich um. Ja und mehr schlechte Parkplätze gibt es nicht. Vielleicht muss ich das nochmal wiederholen. Eine Sache möchte ich noch anspringen. Eine Sache will ich noch anspringen. Das Geld, das ich der Hildegard gegeben habe, das kommt aus meiner eigenen Tasche. Nicht aus eurer Tasche. Das Geld, das ihr mir spendet, das geht direkt in die Videos rein. Ich nutze das gespendete Geld nicht für eigene Zwecke. Und ich werde das nicht unter irgendwelchen Leuten da draußen verteilen. Das will ich nicht. Und ich denke, das wollt ihr auch nicht. Dankeschön an Martin1206. Äh, Giazint86. Ist das richtig ausgesprochen? Ich weiß es nicht. Mr. Brunkos und Olaf Wehrbeek. 3874. Oh mein Gott, meine Zunge. Mua. 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 Ihr werdet bald sehen, wofür ich das Geld ausgebe. Das ist genial. Ich freue mich da schon richtig drauf. Aber nicht jetzt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Heute ist Samstag. Morgen ist Sonntag. Morgen kommt es raus. Und ich muss das alles noch schneiden? Ne, Quatsch. Ich habe ein ganzes Team, die für mich arbeiten. Die machen alles. Ich gehe sofort pennt. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Schreibt mir auf jeden Fall eure Horror-Stories. Boah, bin ich da gespannt. Die Kommentare sind echt das Beste. Ich bin auf YouTube nur, um meine Videos hochzuladen und dann eure Kommentare zu lesen. Dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag oder was auch immer, wann ihr das guckt. Hab euch lieb. Passt auf, wo ihr euch hinstellt. Und wir sehen uns unterwegs.